Deswegen hat das britische Fremdenverkehrsamt einen Benimmführer herausgebracht, der helfen soll. Ich zitiere, Häme und Missverständnisse während der Spiele zu vermeiden. Also das Heft wurde an alle 8000 freiwilligen Olympiahelfer verteilt und Taxifahrern, Hoteliers, Kellnern, Kneipenbesitzern empfohlen. Wir empfielen es, um die Tonne zu kloppen. Hören Sie sich diese Tipps mal an. Ein lächelnder Japaner ist nicht unbedingt glücklich. Japaner lächeln auch, wenn sie wütend, genervt, traurig oder enttäuscht sind. Wobei, wobei, diesen Tipp würde ich noch durchgehen lassen. Ich wohne ja in Düsseldorf, da laufen so viele operierte, gelüftete und gebotoxte Ladies rum. Da weiß man auch nicht, ob die lächeln, weil sie glücklich sind. Aber wir haben hier noch einen Tipp. Sprechen Sie mit Mexikanern nicht über Armut, illegale Einwanderung, Ehrbeben oder den Krieg mit den Vereinigten Staaten 1845 bis 1846. Weil das ja auch das mega gute Smalltalk-Thema in einem Pub ist oder zwischen Wettkämpfen. Ey, wie war denn das eigentlich mit dem Krieg? Okay, ich glaube, so voll sind noch nicht mal die Briten, dass die diese Themen ansprechen würden. Aber das alles wird noch getoppt von diesem Tipp hier. Fühlen Sie sich nicht angegriffen, wenn ein Argentinier Sie wegen Ihres Gewichts oder Ihrer Kleidung beleidigt? Dies ist argentinischer Humor. Fühlen Sie sich nicht angegriffen, wenn Sie sich nicht angegriffen, wenn Sie sich nicht angegriffen, werden Sie sagen, wenn Sie sich nicht angegriffen, dann werde ich Sie czym declaring, sounding như Sayingiven. So vita ein Sie sich nicht angegriffen, wenn Sie sich nicht angegriffen haben, wir sind ganz meine correlate. Das gesch为, eigentlich ist es eine Tiefe, dass das die Panениеатrisiko entspricht. Vielen Dank.